Hallöchen meine lieben Freunde und herzliches Willkommen zurück zu Aber Dark Up A Pause Leider die letzte Folge von dem Spiel, weil es ist nicht ein Let's Play Projekt direkt, das habe ich bei Isaac auch schon gemerkt und darum, wir werden einfach noch einmal spielen und dann hat sich's damit, Upgrades haben wir wahrscheinlich auch keine mehr, 36 und so weiter Könnt ihr aber gerne selber spielen, das euch gefällt und, ja, wir starten Ich bin Cordy, hallo, und da hat's direkt böse Kill, oh, den Ton des Todes auf Doom Gehen sie weg, aber natürlich hat's mich getroffen Oh, da hat's ein Saftleck, Quaschen, Quaschen, Gehen sie weg, nein, nein, ich will nicht mit ihnen kuscheln, gehen sie weg Hallo, hier, in deinem Gesicht Oh, ohne Schaden zu nehmen, full on, okay, ich bin dumm Ich bin dumm, dann gehen wir hier hin und hier ist ein böses Blubbelbläschen Mann Typ, au, und Mülltonnen und Immer diese Mülltonnen Oh, geh weg, danke Hallo, 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 hallo Hat, hat, hat Böse Mülltonnen Das könnte auch ein haariges Monster sein, dass da in der Mülltonne drin ist Oh, da sind zwei Mülltonnen 25, ne Nee, nicht mal 20 nur, hallo Kann ich was kaufen? Wahrscheinlich nicht Ich kann Cidus Spectralax, den Base Range, ähm, Gain Thorns Effect und Shots Richards Aber drei Vielleicht kann ich, finde ich nochmal drei Wäre super Da ist der Boss Nee, da geh ich noch nicht hin Äh, ja Vielleicht kriegen wir auch beim, oh, da ist der Typ, oh Oh William, du willst, oh William, no, William, no, do that not Not William, no, William, no, no William, why are you doing this? William, William, will, okay Oh, das ist nicht Kappen Chester Von mit Bonus Tschüss Waaay Ähm, 10% Danage Danage Besonders Ähm, drop Chalk Like, hoff, hatte ich einen Champion Spawn per Floor Das finde ich besser Je mehr Champions, desto mehr Viecher Spawn Die mal die Items fallen lassen Ja, ja Brutzel, Brutzel Mh, lecker Saft Saft ist sehr Lecker Hallo Ich bin's, Quarry Die uralte Quarry Hallo, Forty the Dragon Gehen Sie weg Gehen Sie einfach weg Gehen Sie einfach weg Nein, ich will nicht mit Ihnen kuschen Das können Sie doch nicht Äh, äh Hui Und, und Brutzel Brutzel Ja, ist sehr gut Schätzelein Ist sehr gut Muss da immer Feuer in mir spawnen Das heißt nur noch Forty the Erste Forty the Gleich ist er Forty the Forty the Los heißt Forty the Ja, er heißt nur noch Forty the Forty Das heißt Forty the Jetzt heißt es Froff Froff Hallo Froff Ich mach das immer so Sie vergessen ihren Namen Wenn man das wegsprengt Jetzt heißt es nur Fr Fr F Jetzt hat es meinen Namen mehr Das ist sehr, sehr schlimm Für alle Beteiligten Hallo Okay, hallo Kannst du jetzt bitte weggehen Ich möchte sie nicht, äh, belästigen Oder sie belästigen mich nicht Oh Ein D Du wirst Äh, ich mach meine Augen so Ich weiß nicht, wo ich reingegangen bin Also Oh, da hat's Krähenfüße, Alice Okay Gehen sie weg Blöde Mülltonne Blöde Mülltonne Hallo Au Au Das kannst du doch nicht tun Geh weg Geh weg Oh, oh Münze Toll Geh weg Leave Britney Alone Äh, ich hasse dieses Feuer Also Jetzt gehen die hier durch Oh, Mülltonnen wieder Ich liebe Mülltonnen Und ich sterbe wahrscheinlich Au Krako, was kannst du eigentlich Und warum können die da durchschießen Das finde ich nicht so toll Oh, der hat eine Münze gedroppt Drop the base Ah, Mülltonnen Der hat auch eine Münze gedroppt Hallo Danke Jetzt muss ich nur noch Oh, da ist eine Böse Mülltonnen Das Tod ist auf du Zwei sind weg Die kennen den Kastellan Alice Krähenfüße, Alice Geh weg Und ich bin gleich tot Wenn das so weiter geht Nehmt er mehr Schaden Ja, andeutig Eine Rose für mich Tornseffekt Bringt mir noch nicht so viel Wenn ich wenige Leben habe Aber okay Krähenfüße, Alice Gehen sie weg Krähenfüße, Alice Das geht doch nicht Oh 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 Zehn Leben Verbleibt Ja Ja Survive Sieben Minuten kann ich doch nicht bringen diese blöde mülltonne regt mich auch okay natürlich ist hier boss direkt okay was hast du mir ein tolles wahrscheinlich nichts dass ich es ist das import juice boxes also mehr also die boxes sind kräftiger und geben mehr leben mal gucken aber wahrscheinlich reicht es nicht nur vier münzen brauchen und hallo schock du dir der schock 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 so kennt das immer noch schock so ich habe das geliebt schock sound schock schock sound schock sound das hier ist kein boss okay der boss war glaube ich so was denn das für grusel schirmeln schenken natürlich hier nimmt es das da hier schock 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 und da okay schock das hat nicht gebracht haben wir können was kaufen glaube ich oder wir haben die münzen die kann das da unten nicht holen weil die trotzdem alles leben haben und mein Handy vibriert im hintergrund schock hallo ich brauche fünf münzen noch mann vor so hey hallo hallo frotty tränken no 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 weißt du was ist mir egal hier frist Er hat ihm Schaden gemacht. Und was für Schaden. Jetzt kommst du hier hin. Hallo. Ich mag Frotti nicht. Frotti ist doof. Gehen sie weg. Hallo. Prost. Ach Gott sei Dank. Ein Zeh. Immerhin. Es gibt sechs. The Kitchens of Leaderless. Was heißt Leaderless? Ohne Monster oder was? Hallo. Geist. Ach ja stimmt. Es gibt ja noch geheime. Fahrt auf Doom. Auf Doom des Todes. Aua. Des Tooms. Des Tooms. Besonders. Des Tooms. Traiko 2015. Des Tooms. Des Tooms ist Doom und Off schrecklich. Ist da eine geheime? Ist hier geheime? Hast du gerade vibriert? Oh. Da ist wieder ein Geist. Geh runter. Oh. Hätte ja sein können, dass es schon ein Geheimgang wäre. Aber nö. Und da sind alte Waschbecken und Rohre und... kriegen wir vielleicht doch böse Möbel, die miteinander reden. Leider kein Geheimgang. Die bewegen sich doch. Will ich mir das so ein? Oh nein. Es sind diese Töpftypen. 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 Das Krähenfüste L ist wahrscheinlich wieder da oben, oder? Oder ist das... Ne, das sind... Das sind die bösen Tonnen des Todes. Moment. So. Da bin ich wieder. Ähm. Wird es auch leicht. Zimbus. Gain. Move. Speed. Wenn not damage falls. 5 Sekunden. Das ist besser. Finde ich cool. Ist der was? Oh. Es sind wieder diese Töpftypen. Und dieser Typ leider nicht. Oder der Geist. Oder was das auch immer darstellen soll. Oder ob das ein Administrator ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Kann ich hier rein? Und hier? Nein. Und hier? Natürlich nicht. Und du gehst... Ah. Da ist ein Geheimdang. Ich hab's da genau gesehen. Der Typ ist da hingegangen. Gehen Sie weg. Ja. Hallo. Oh. Der Typ ist ein Archivist. Okay. Au. 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 Ein Boss? Geh weg. Blöde Kuh. Wir bleiben in einem Museum. Was macht das? Und woos. Los enemy on noose for two seconds. Okay. Ich hab'n Archivisten geh- Tööööö. Ich hab' sechs Münzen und kann dir leider gar nichts kaufen davon. Töööö. Lecker Saft. Hier, Saft. Der beste Saft, den es gibt. Oh, hallo. Ah, dann geh'n Saft. Ach, nöööööö. Ist das ein Sackgasse? Ist das ein Sackgasse? Geh weg. Blöbel. Blöbel, geh weg. Schaff' wahrscheinlich nicht mehr. Zehn. 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ach, doch nicht. Solve E-Church Bitter Tokens. Cool. Wir können doch was kaufen. Jetzt können wir sogar was cooles kaufen. Jetzt haben wir 18. Wow. 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 Heil. Äh, falsch. Äh, she has to fly after every five Kels. An Elm Mico Light Source. All enemies become light source. Das heißt, ich seh' sie dann. Sechs Münzen hab' ich noch. Okay. Das heißt, wir werden geheilt. Und haben mehr le... Ach, nö. Ich hasse diese blöde Kuh. Blöde Kuh! Blöde Kuh. Can't lay a breath long. Aber... meine nerven schaffe ich das werde ich das schaffen wahrscheinlich ich werde sterben oder oder ich werde wahrscheinlich zu einem leben überleben immer und wenn ich in der nächsten lebende sterben aber dafür habe ich ein d to big sensitive ich will to big big for you das ellie trapper siehst du dass die das die hatten spitzen gekriegt darüber fast alles das ist fast alles auch krähen füste alles du bist die kleine schwester von ellie die gucken so traurig und ich werde sterben du blöde kackmülltonne auf dem des todes tun was glaube ich für eine scheiße eigentlich viele scheiße kann ich ein level abhaben bitte ich lebe noch ich lebe noch ellie allison die lorrentis das ist allison lorrentis erzähl dir mal was aus der geworden ist ich sterbe gleich im minister abend ist früh tp auf was machst du max was ist pro kraft auch das ist denn alles könnte ich bitte eine tschüss haben tschüss ich stelle mich auch dumm an ich weiß es ist der hens toll aber ich habe trotzdem schaden gekriegt die weg ach danke da 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 ach 3 hp ellison gib weg ellison die lorrentis ist jetzt alison die lorrentis nicht mehr ellis ne nur die boss-wärts und die andere sind ellis genau wenn man halt ist allison die lorrentis einfach alles im wunderland und wir bilden das nur ein dass die in predile liars die böse ist ja ja logisch das geräusch war doch gerade weg hallo geh weg geh weg geh weg ziehen geheimdings oder so natürlich nicht äh hallo hast du was für mich ich habe sieben münzen empower empowers time key on new slow stone time ich will das haben wenn ich einen Schuss finde kann ich mich heilen damit aber ich werde was halt ich sowieso sterben oh gott sie sind alle schnell geh weg geh weg geh weg geh weg geh weg geh weg wenn ich diese zwei noch töte habe ich wieder eine heilung oder eine glaube ich sogar danke danke wirklich dank blöde kackmülltonne ich hasse dein leben geh weg oh eine münze dankeschön ich habe ein nett von ihr da ist alison wieder aua es war doch gerade weg ich werde sterben was gibt es denn hier anuskars vor erwähnen assistenz weiß ich was erwähnen ist wir werden sie herausfinden habe ich noch münzen drei kann ich mir eine schuss kaufen hier es ist ein ja okay Belt rem welch ich habe je das das je ja oh 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 Okay, ich hab's gleich wieder zubekommen. Oh, ich renne noch rein. Ich bin intelligent. Minus 15 Tokens. Ich bin geneigt, das zu nehmen. Jetzt können wir hier was kaufen. Wie viele Tokens haben wir gekriegt? 18. Theoretisch können wir hier wieder eine Jukebox. Warum sag ich Jukebox? Jukebox, also Saft, kaufen. Und dann haben wir wieder mehr, Lieben. That's the plan. Äh, falsch. Also, zuerst haben wir da... Ah. Das heißt, ich werde jetzt geheilt in unsere Kreide. Das heißt, ich hab mich gerettet. Ich bin der Beste. Aber ich werde trotzdem sterben beim Boss, wahrscheinlich. Och, ist da ein Geheimraum? Nein, finde ich nicht. Oh, da ist der Boss. Hallo. Hallo. Aua. Das heißt, ich kann es beim Boss verwenden, aber ich glaube, das ist hier diese blöde Kack-Wurst-Teil. Oder... Nee. Äh, ich hatte einen anderen Boss noch nicht. Eigentlich sollte ich den kriegen. Oder? Oder gibt's noch einen anderen? Äh, anderen, anderen. Hallo, hallo. Ist hier überhaupt was? Och, ist so voll langweilig hier. Langweilig. Hallo, blubbelblasenbob. Blubbelblasenbob, bist gut. Und hier ist Münz. Münz, mhm. Hallo, mein Geld. Äh. Äh. Voll langsam, ey. Ey, da ist Essen ausgeliefert. Das sehe ich erst jetzt. Das ist nicht gut. Was ist das? So zieht in der Meme. In, 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 in. Ah. Das hat jetzt nicht so viel gebracht. Das ist also der, 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 der Bruder von Frotti. Hier. Aua. Aua, das tut weh. Was soll das? Ich will noch schaffen, den Tulpenpul. Und ich renne noch rein. Bin ich Intelligenz, nicht? Hat das was gebracht? Wahrscheinlich nicht. Äh. So zieht, klingt auch so dumm. Muss ich wirklich hier stehen? Achso. Äh. Ich dachte, es wäre random. Höhöhöhöh. Ich mag zu viel random. Au. Nein, noch 10 neben. Äh. Es reicht euch nicht mehr. Geh weg. Ich will noch den Saat Asuzi tüten. Oh, das war knapp. Oh. C. The Wounded Fortress. Das ist ein Boss. Okay. Hier werde ich aber sterben. Wegen diesen Händen werde ich sterben. Ich sehe schon. Nein. 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 Verdammt. Ich würde sagen, können die irgendwas freischalten? Wir haben 58. Da können die nur 100 spenden. Nein, können die nicht. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Lesbler wieder. Das war Our Darker Propose. Ein sehr cooles Spiel, muss ich sagen. Ciao.